ja und herzlich willkommen hier zurück bei iron top assassin suite 3 so wie versprochen sind wir jetzt auf der hauptmission mit unseren vater sollen wir ja wohin geht's wieso neureicher los james bewegt dich aber wo fahren wir jetzt ach so schön ich habe ja ein schiff hat er gesagt ich habe ein schiff trifft mich dort okay karibische sehen 1778 ok ich sagte doch der kurs ist falsch church ist uns jetzt sicher um tage voraus hat etwas mehr vertrauen er hat uns nie enttäuscht aber die messlatte hängt auch nicht besonders hoch oder wir sind näher als du glaubst vater trefft die segel verlangsamt sie mit halbem segel wo wo volle segel jeder klassen volle segel geht auf halbes segel ein und weitergehen kein segel kein segel So, jetzt aber. So, irgendwo da soll's sein. Da ist doch das Schiff. Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Wir brauchen mehr Fahrt. Volles Segel. Ach, Mist, ich wollte Kuh drücken, voll wenige. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Feind voraus! Sie versuchen zu fliehen! Dank Ihnen nach! Volles Segel, gebt alles Männer! Langsamer werden! Halbes Segel! Jetzt alles! Volles Segel! Oh, nee, ups. So, halbes Segel. Und jetzt volles Segel, genau. Kein Segel! Ja, nein, kein Segel! So, volles Segel. Damit wir jetzt mit Geschwindigkeit fahren können erst mal. Kreuzwinde! Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt! Geht auf halbes Segel! Verlangsam, zieh! Halbes Segel! Gebt mir alles! Alles Segel! Alles Segel! Kreuzwinde! Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Halbes Segel! Ich versuche gerade, das Schiff heil durchzubekommen. Volles Segel! Volles Segel! Holt euch den Wind! Ah, das ist ja nicht, Vorsicht, Käpt'n! Ja, 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 ich habe es schon mitbekommen. Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Bruder übernehmen. Verlöden Winde! Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Bruder übernehmen. Gebt mir alles! Volles Segel! Volles Segel! Kreuzwinde! Treff die Segel! Langsam mal werden! Halbes Segel! Verhaltig! Wir werden keine zweite Chance bekommen! Ach, echt? Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt! Vielleicht solltest du das in Zukunft vermeiden! Ja, 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 ja! Kreuzwinde! Ich versuche gerade ganz kraft aufgedehend zu steuern. Schneller, Connor! Wir müssen schneller werden! Alles, Männer! Volles Segel! So. Nein. Oh, Entschuldigung, nicht so laut. Eine Chance. Genau. Feindliche Schiffe, die ihr am Sehen. Woah. Waffen bereit machen. Wir werden das Feuer erwidern. Church nutzt den Angriff als Deckung. Versenk ihn, bevor er flinkt. Stink den Bastard auf den Meeresgrund. Na los. Nein, das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst richtig. Schief! Schnapp ihn, Connor! Reicht zum Feuern! Feuer! Geht runter! Feuer! Noch nicht! Und Feuer! Nicht entkommen! Breitseite abgeben! Boah! Schief! Ihre Seilwerk ist auf die Hände. Halbe Seel! Siehe nicht aus den Augen! Feuer! Feuer! Gebt mir volles Wegel, Jungs! Und halbe Seel. Feuer! 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 Fahrt Segel! Fahrt Segel! Fahrt rausnehmen! Schießt! Vorsicht, Junge! Wechselt zu den Kettenkugeln bereit! Nein, Seite! Geht jetzt! Und Feuer! Wir gehen weg! Fahrt an! Ja? Ja? Ja! Wir haben's! Männer! Bereit zum Einsatz! Was tust du denn? Ich beende es! Nein! Ja! Sichert die Schiffe! Marken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sicher sie Achterleinen! Auf den Trug fressen! Ja! 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 Falscher Weg, also! Ja! 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 Was hat Church mit der Ladung gemacht? Okay. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin. Einen Traum, den du zerstören wolltest. Und dafür... Wirst du sterben. Ah ja. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Fahr zur Hölle. Wirklich? Ich frage noch mal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein. Nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur eure Verbrechen zu entschuldigen, als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Das stimmt. Lass du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat, keinen Grund sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun dienet dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders und das nicht ohne Kahn. Das ist ein Segen für uns beide. Ja. Das war richtig. Dein Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm! Du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ja. Na ja, na ja, was soll's. Keine volle Synchronität, aber na ja. Wer hat das denn schon mal jemals geschafft, komplett alles hundertprozentige Synchronität zu schaffen? Wenn ja, dann jemand, der viel, viel Zeit hatte. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich, jedenfalls was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie wir? Oder Surrey? Welche Rolle spielen wir dabei? Das hat mein Vater etwa recht. Ich muss über so vieles nachdenken und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich... Ich muss mich entschuldigen. Ich hab einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt, daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber... Es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Paythe mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ich kann ihn verstehen. Assassinen und die Templer wollen wirklich beide jeweils dasselbe. nur auf eine andere Art. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Siedler, kriegt ihr doch heute noch irgendwas selber gebacken hin? Oder muss ich echt alles selber machen? Ja. 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 Gut. Wir kümmern uns noch mal schnell um unsere Siedler hier. Ah, ist das schön. Ja, ne, da gehe ich nicht rein. Tut mir leid. Ne, ne, ne. Hä? Wo ist das? Habt ihr grad den... Ach, einen kleinen Grafikpack nur. Okay. Okay. Wieder eine Aufzeichnung. Einfach nur so gemacht. Wenn man schon da ist. Deswegen. Ah, unser Schreiner wieder. Ja, dann erzähl. Du hast nicht zufällig in New York zu tun, oder? Ich frage nur, weil ich ein Paket aus Frankreich erwarte, das längst überfällig ist. Ich habe dem Postmeister geschrieben und warte auf Antwort. Dachte, wenn du in der Nähe bist, kannst du ihn persönlich fragen. Wenn ich das nächste Mal da bin, suche ich ihn auch. Okay, das ist natürlich... Na, was macht er heute? Ah, den habe ich schon komplett ausspioniert, so ungefähr. Er geht, glaube ich, jetzt da zur Schubkache genau hin und inspektiert sie. Genau, die habe ich schon mal gemacht. Äh, wir hatten aber weiter oben da noch einen. Genau. Und zwar, unser Schmied muss das dann sein. Ja, der Schmied. Genau. Ah, es geht wegen dem Spion, der da kam. Die kommen, David. Wir müssen bereit sein. Wer kommt? Rotröcke. David wird des Verrats angeklagt. Und vermutlich hingerichtet. Connor, gut, dass du da bist. Ich muss dir was zeigen. Okay. Okay. Ja, gerne. Ich habe besser gesammelt. Wir sollten einen Hinterhalt legen, falls wir ihn brauchen sollten. Wir werden uns 2 zu 1 überlegen sein. 2. Ja, ey, so schnell bin ich doch gar nicht. Okay. David Wolfson, ergib dich uns und stelle dich einem ehrbaren Kriegsgericht für die Anklagen mit dem Krieg. Ich will mit dem Krieg nichts zu tun haben. Lasst mich in Ruhe. Schnell nachladen. Oh. Gibt da noch, noch ein Fass? Okay. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Okay. Na, hoffentlich. Und noch eine größere Schmiede. Ist das jetzt der Schmelzofen? Den er da jetzt hat? Ja, eine größere Schmelzofen, so wie es aussieht. Ist ja schon cool. Okay. Das heißt, das haben wir auch hinter uns und wir müssen nach Amerika. Äh, Amerika. Nach New York. Da haben wir eh unsere Missionen und da können wir auch das Paket abholen. Das ist okay. Oh, guck mal, das ist ja gar nicht so weit weg. Da kommen wir ja wunderbar hin. Was sagt denn überhaupt meine Sonnenuhr? Die tragbare? Na? Ah ja, okay, gut. So, wir müssen nochmal fix da hoch. Das machen wir auch ganz fix. So geht's schon. So geht's. Oh, Schluck auf. Ich sag ja, sobald ich eine Aufnahme starte, kriege ich ständig Schluck auf. Das ist unfassbar. Das ist so, als, als... Ja, nee. Als ob das immer gewollt ist. Der Scheißschluck auf. Geht mir aus dem Weg. Entschuldigung. 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 So, das Paket. Okay. Ich möchte nach einem Paket aus Frankreich fragen. Es ist bestimmt für einen Lance O'Donnell. Das wurde vor ein paar Tagen schon von seinem Lehrling abgeholt. Patrick O'Hara. Patrick O'Hara ist nicht mehr der Lehrling von Mr. O'Donnell. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Klar. Der hängt in letzter Zeit immer an den Docks rum. Dort findet man ihn. Ah. Hier. Nehmt die Seiten und versteckt sie. Dieser Kerl, der sie nicht bekommen. Oh-oh. Ja. Ich werde ihn nicht sagen. Der hat versehen, wer gewinnt. Ja, also jetzt wird Zeit, dass wir ihn töten. Schicksal ist besiegen. Oh-oh. So. Die nächsten drei haben wir auch schon. So. Okay. 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 Danke, Jungs. Danke, Jungs. Sehr gut gemacht. So. So, wieder zu. Achso. Stimmt. Die Seiten haben wir jetzt. Also irgendwelche Seiten. Gucken. Jetzt können wir ganz normal die Mission machen. So. Jetzt geht mir mal alle aus dem Weg hier. Wo finde ich denn das nächste Pferd? Der nächste... Ah, da ist der nächste Acker-Gaul. So. So. Das heißt, erstmal da die Straße runter. So. Geht mal hier alles im Weg. So. Die laufen so eine Art kleinen Bogen jetzt gerade drumherum. Ja. Das dauert noch etwas. So. Jetzt sind wir wieder hier am ersten Punkt, wo wir hergekommen sind. So. Und jetzt sind wir gleich auf dem Weg. Zack. Und die Zahl fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. So. Das heißt, wir dürfen hier gleich irgendwo einbrechen. Sehr schön. Na, wieder mein Vater. Okay. Hm. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was brauchbares hast. Ach, wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfing, sie uns abzuschneiden. Dann kommt ansprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Ja, recht hat er. Ich brauche hier Hilfe. Oh, Entschuldigung. Nein. Hey Connor, was machst du denn da? look. nein ups 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 schön bisschen stürmisch okay da war ich auch schon da oben okay der will hoch okay habt ihr den vorschlag erwogen ich bin nicht überzeugt sie zu verstärken hieß in new york schutzlos zu lassen schon so ist es schwer die ordnung aufrecht zu erhalten und halbiert doch wenn wir es nicht tun rechnen sie mit einer niederlage und was dann sie hätten vom meer kommen sollen sie drehen sich im kreis durchs zuschauen erfahren wir gar nichts was schlägst du also vor reinmarschieren und antworten verlangen nun ja hinterhalt auch und Ein wenig Hilfe, bitte. Ernsthaft? Ich bringe ihn von dir! Was? Okay. Ist das alles? Ach, Mist. Ich bringe ihn von dir! Nein! Nein! Ach, Mist. Wartet, 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 wartet. So. Mutiger Versuch! Ach, die wollte ich jetzt einprügeln. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Hilfe! Jetzt geh! Ich bin einfach zu alt für die Scheiße. Hehehehe. Sagen müssen, dann wäre alles okay gewesen. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Fertig machen! Fertig machen! Komm nicht näher! Ah! Hetzt ihn zu Tode, Jungs! Haltet ihn! An die Waffen, Männer! Schnell! Rettet mich! Los! Fahr zur Hölle! Ich sagte, los! Warte! 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 Ich sag dir alles, was du willst! Alles! Nur zwing mich nicht dort hinein! Wir haben nur ein paar Fragen eigentlich! Wenn ich mich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann! Da bist du, Connor! Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen! Na dann kommt mit! Okay! Und jetzt? Achso, Stoß! Oh, jetzt bin ich mal auf der Seite! Kein nettes Gefühl! Oh! Hm! Also muss da irgendwas sein! Vielleicht eine Falle? Das sind in Wirklichkeit Loyalisten, also Amerikaner hier! Ja! Keine Briten? Sondern nur getarnt? Kann das sein? Ah! Mir ahnt was Böses! Wirklich! Die anderen beiden sind bestimmt schon tot, hm? Ja! Eindeutig tot! Wie lauten die Pläne der Briten? Sie... Sie wollen raus aus Philadelphia! Die... Die Stadt ist erledigt! New York ist der Schlüssel! Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen! Wann fangen Sie an? In genau zwei Tagen! 18. Juni! Ich muss Washington warnen! Siehst du? Das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt! Jetzt lasst mich gehen! Natürlich! Die anderen sagten das Gleiche! Es muss wahr sein! Du hast ihn getötet! Du hast sie alle getötet! Warum? Sie hätten den Feind gewarnt! Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können! Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten! Du findest mich in Valley Forge! Ja, das hätte er nicht machen müssen! Sie gefangen nehmen und dann erst danach wieder freilassen! Das war jetzt echt nicht nötig! Das stimmt wirklich, ja! Valley Forge! Weiter außerhalb! Die Advokaten der Stadt treffen sich am Freitag! Bei Sonnenuntergang in der Fenke zum blauen... Na gut, tun wir uns erstmal anonym machen! Hier in der Stadt! Und... Dann heißt es aber auch schon wieder für uns... Verabschieden! Äh... Nö, kann ich nichts machen! Oh! Hm... Hm... Kann ich denn anonym jetzt werden? Weil hier sind jeweils nur... immer Dreierpunkte! Okay, das wird schwierig! Ja, dann mache ich folgendes! Dann... Ähm... Verabschiede ich mich jetzt erstmal hier an... Äh... Ne... Von euch! Na? Ja... Erstmal! Und... Ähm... Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder! Äh... Wenn wir dann halt schon bei dem Fort draußen sind! Das ist wahrscheinlich dann im Grenzland! Ja... Also... Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Bis dahin... Alles Gute und... Ciao, ciao euch! Tschüss! Tschüss!